Herzlich Willkommen meine Crazy Dudes. Heute ist es schnell hier. Es sind 100 Carpacks draußen, Lightning Rounds. Ich habe ganz schnell nach Kreuz rüber geschwunden. Wir haben es gleich kurz vor 12. Dann haben wir überlegt, hauen wir mal schnell was raus. Sieben Stück sind drin. Ich sehe mal, wir werden das in zwei Teile schneiden. Und deswegen, mal gucken. Erste Teil. Was ist drin? Wir überspringen. Wir überspringen mal. Wir gucken nicht. Wir gucken nicht. In Form, ja. In Form Ashley Young. Jo, ist jetzt nicht so berauschend. Wir gucken mal weiter. Turan. Walkit bringt noch etwas. Sako. Sam. Ne. Chilobochi. Walsholt. Nein. Das erste Pack war jetzt nicht sonderlich gut. Na, er ist jetzt gut. Gehen wir mal weiter. 5.900 sind noch drin. Nächstes Pack. Und wir überspringen wieder. Aber nochmal. Und wir sehen. Und wieder nur Scheiße. 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 Ja, wir haben uns überlegt. Special Packs kann man auch noch ein extra Video rausbringen. Und deswegen. Wow. Mangala bringt noch etwas. Pamelan-Gutruf. Was sagt die? Der Rest kann irgendwie weg. Das hier in der Hasys aus. Wir brauchen hier alles. Hier. Durst jetzt smoke mal consent. Wie? Mega? Nach đâu. spring pouco mg param. Tschüss hier. Die Mache klären? Ich bin keine. ...gingen die Nähe! ...吋 sie die игuer. ...ungemal. ...lieder Schwede. Oh my fucking God. I'm done. Was ist denn mit den Packs los vorhin? Ich hab auch nen Pack geöffnet. Egal, 6 oder 7 hab ich geöffnet. 6, 7 Monate K-Packs. Und jetzt zieh ich in einem Pack? Ja, ja, Turian Ribéry. Und jetzt Bale. Ich pack's nicht mehr. Ich pack's nicht mehr. Ich darf jetzt auch nicht laut sein. Meine Eltern pennen schon. Und deswegen... Alter, Gareth Bale in einem Pack. Oh my fucking God. Diese Packs. Alter. Ben TK auch noch. Chris Moe. Tim Howard. Alter. Wie kann ich mehr? Mein Herz. Oh. Dieser Herzschlag. Alter. Fessil. Lord Ben for the win. So. Mark. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020